Weiter geht's! Da müssen wir das Wasser ablassen. Das nennst du ein Boot. Das nennen wir eine Zumutung. Hier braucht man Kreis. Wo ist der Kreis? Ja, also ich kann mal so rüber, ne? Sieht aus, als wäre das das erste von mehreren Kunstwerken, die die Geschichte von Hortus Melodicus abbilden. Vor vielen Dämmerungsliedern, als der Mond hell am Himmel stand, fiel ein silberner Stern auf Hortus Melodicus herab. Wir fragten uns, ob er gekommen war, um uns zur verlorenen Melodie zu führen. Kannst du drei von ihnen besiegen? Kanonikusse. Das heißt aber, ich hab dann den einen im ersten Abschnitt noch nicht gemacht, weil ich da nicht hinkam zu der Aufgabe. Schuh, 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 schuh. Hast du's gehört? Oh, guck mal hier. Neue Erinnerung. Alegra! Hast du's gehört? Und die Vögel, die da stehen, sind dann die? Nö, die. Das sind die, das sind bestimmt noch welche, die ich noch nicht gesehen hab bis jetzt. Mit L fährst du vorwärts und rückwärts und seitwärts und... Keine Ahnung, was noch. Noch Stelle aufhauen. Ohne Musik wird der Planet zu einer Wüste, physisch und spirituell. Zu einer Wüste. Kann ich aussteigen hier? Lass ihn frei. Ich bin ja dabei, wenn nicht mehr die Steuerung funktionieren würde. Was ist das? Ich registriere zwei Lebensformen hinter diesem Tor. Eine deutlich größer als die andere. Das müssen Alegra und eine sehr große Freundin sein. Oder Alegra und eine sehr kleine Freundin. Hoffentlich sind sie unversehrt. Hm, irgendwie fehlt das übliche Schloss an diesem Tor. Komischer Kopf, links Kopf, rechts Kopf. Besser bekannt als Klang. Der Baum ist mit musikalischen Wesen namens Melosphären eine Symbiose eingegangen und ruft Frequenzen hervor, die umgekehrt... Ja, ja. Bitte, versuche einfach Mathematik und Musik zu trennen, solange wir hier sind. Ah, jetzt weiß ich erst, wie schön die Zeiten waren, als wir noch Schlüssel suchen durften. Egal. Suchen wir diese Klangweide und finden heraus, warum sie nicht mehr mit den Melosphären harmoniert. Lass uns in Ruhe. Kann ich auch mal aussteigen? Weil der Freunde hätte ich auch gerne mal rausge... Oder nur an diesen Boots stehen. Okay. Kann man hier... Auf dem Rückweg zum Umweg. Die pappelt alles im Hintergrund. Was ist denn das? Die nervt mich. Ah, ne. Auf dem Rückweg in den Urwald. Erreiche den Bereich. Das ist doch wieder mal ne Aufgabe für Luigi. 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 Zeig, was du kannst. Oh, es gibt jetzt keine Ports, dass ich wieder... groß rum switchen muss. Der ist schön weit weg. Kann ich gut ausbauen. Was ist das Gotmer? Das ist geklert. Ich habe die Lebensberechtigung. 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 Das Problem ist, ich komme mit allen nicht so weit nach vorne. Ich kann ihn besiegen, aber ich kann nicht das Ei zerstören, wenn der ein Ei hat, ich weiß nicht. Ich habe es vergessen. Nee, er besiegst du so. Okay, dann hätte ich ihn jetzt auch besiegen können. Wow. Nee, kriegst du nicht drin. Bei so vielen Gegnern, die mir hier alles haben. Das war schief. Das war schief. Jetzt alle runter. Oh yes, let's go Luigi. Aber er lebt noch. Aber es ist nicht mehr weit. Aber für einen Teamsprung ist es noch weit genug. Okay, die zwei werden jetzt gleich da draußen rein, leider. Das war jetzt gar nicht mehr nochmal. Oh, okay. Zub durch Ist es jetzt schon soweit? Boah, das ist knapp Nein, ich kann nur ein Teamsprung machen Das ist doch jetzt kacke Okay, nächste Runde Ja, jetzt wiederholen Na, easy. Es ist so still. Es ist so still. Es ist nicht natürlich. Die Hauptaufgabe ging natürlich in die andere Seite. Ist hier nicht das Anfangsgebiet? Ne, hier war ich noch nicht. Oder es ist das Anfangsgebiet, aber hier war ich noch nicht. Das kann doch auch sein. Wo ich gesagt habe, dass ich den noch nicht hatte. Hier schließt sich jetzt natürlich noch nicht. Warum? Oh, dass ich da vielleicht rankommen könnte. Eventuell irgendwie. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Oh! 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 Lost me! Ja! Mir oder auch? Nö. Achso. Wo komm ich denn da rüber? Oh. Okay. Okay. Hab verstanden. Tralalalalalalala. Jetzt komm ich da durch, kann das Ding rüber schubsen. Oh, wie schöne Musik das macht, wenn man das macht. Ja, ich weiß. Wie schön, dass ich's natürlich wieder im Endeffekt nochmal verkackt hab. Urwaldgebimmel. So, jetzt mal wieder hier drüben. Hm. Jetzt aktivieren wir das hier. Flagge seh der Dori. Wir werden wieder spielen. Wir werden wieder spielen. Wir werden wieder spielen. Ich glaub, sie ist eigentlich gar nicht böse. Wir will einfach nur die Musik zurück. Die hier einfach fehlt. Ich hab jetzt so ein bisschen an God of War. Übers Wasser rein. einfach fahren mit dem Boot und irgendwelche Aufträge suchen. Wer bist du denn? Und diese Trini-Pokos, die haben wir ja auch noch nicht besiegt. Die drei Stück. Ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen Sinn gesehen. Ich glaube, das kommt alles erst, wenn man das Wasser dann nach und nach ablässt. Krass, mit dem Boot. Neues. Grüne Münzen Herausforderung mit Boot geschafft. Was willst du? Hier sind Golems. Das sind drei. Sofort. Das sind drei. Sofort. Du bist weder ein Golem noch so ein Hund, du Mutschke-Mutschke-Watschkor. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Vieh hieß. Der Vogel. Level 40. Den ausgestoßenen Trotzen. Let's go! Nein, nein, nein. Ich will... Ich will... Heilen. Ich will heilen. So, das Leben machen wir noch. Oh, ja, kann ich stoppen, Weegee. Oh, ja. Oh! Ja. Ja. Warum geht er nicht einfach runter? Habe ich jetzt nicht verstanden. Warum geht er so weit nach hinten? Warum greife ich vor allem nicht erstmal in? Warum geht er schon wieder da runter, vor allem? Reicht nicht. Reicht nicht. Ah! Hm! Ah! Ah! Pick up die Kika! Ah! Ah! ja ich habe sie vielleicht ganz gut erst mal diese solche Viecher dazu besiegen, weil die mich gerade übelst nerven. Die machen aber auch einen Schaden, was ist nicht normal? Lüchi, du lebst noch, weil du musst alle heilen gleich. Ja, in die Nieren. Ach, der wird wirklich schwer. Ja, das 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 ist ein Annarzt. Oh, schon wieder weg! Überfordert! Oh! Uhhh... Oben ist schön! Eigentlich muss ich nur überleben! Okay, dann... Eigentlich will ich da unten hin. Heilen kann sie mich jetzt nicht. Okay. Sparkschutz. Das wird nix Wir leveln erst mal Wir leveln erst mal Weil Meine Frise hat er Ich hätte zwar noch auf Tank umstellen können Eventuell wäre es dadurch besser gegangen Aber Puh Das war jetzt krass Vor allem Macht der einfach mal 8000 Schaden Da Claudius Geht's nicht sein Hä? Achso. Das Land ist so verwirrend. Das will ich aber mal wissen. Weil die auch so stark sind. Aber der ist eben level drunter. Weil die haben 12.000 Leben gehabt. Oder ich muss die Sparks umstellen. Oder die... Points. Weil das ging jetzt nicht. Das war ja... Sporker Koss. Krieg ich sie ja kaum da um. Siege alle. Aber es ist nur einer von denen. Okay. Vorteil bei denen ist, man muss halt nicht nochmal... Hingehen, um nochmal einen drauf zu geben. Wenn er am Boden liegt, nochmal einen reintreten. Das ist halt das Ei auch klauen. Ich habe eben gesagt, das andere Level mache ich fertig. Danach mache ich Ende. Aber... Ich habe ja nie Ende gemacht. Schieß auf links. Nicht auf den Eimerkopf. Schieß auf den Eimerkopf. Also sowas. L.O.L. L.O.L. Er flieht. Hör dich auf den Kieker. Hey. Er ist dein Weg. Na gut, die Eimerköpfe wären jetzt zwei Stück weniger. Und dann schauen wir mal. Der ist weg. Und jetzt sind es ja nur noch die Eimerköpfe. Kann ja dann nichts mehr passieren. Scheiße, da habe ich nur einen erwischt. Keiner weg. Keiner weg. Habe ich gerade gekümmert? Er ist weg. Und dann... Er ist weg. Und dann haben wir es. Yes. Easy. Zählt er als eins? Vor drei? Um Läder ist jetzt so lang. Zählt. Das Ding haben wir ja gesehen. Irgendwo links. Ah, ja. Hier geht's hoch. Okay. Hoch, hoch, hoch. Aber von hier komm... Komm ich von? Wieder wann? Nee. So, komm mal wieder hoch. Okay. 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 Die Frage ist halt, wollte ich überhaupt schon hoch? Und meine Antwort ist, nein! Finsterzeit am Strand. Level 35, meine Hoffnung ist ja, dass wir nach diesem Kampf vielleicht auch Level 35 erreichen. Dass man sich der Level 40 so ein bisschen annähert und neue Skill Points vor allem bekommt. Mit den Skill Points kann ich nämlich dann wieder im Tech Tree ein bisschen bearbeiten, weil der Level 40 zieht da, der macht mir ganz schön zu schaffen. Der war übelst. Überlebe. Oh, ich hasse dieses Überleber. Aber ich bin jetzt echt versucht, Spark zu ändern. Reanimation. Claudius Rex. Ich mag den Claudius tatsächlich. Snipey. Aber ich mag den Ghost noch lieber bei solchen Missionen. Wo ist dunkelblau? Da. Nee, hellblau war es. Okay. Wann wir den schon mal auf Level 5? Dann sieht es doch jetzt besser aus. Okay. Wir müssen nur überleben. Heißt für mich, ich bleib hier unten. Egal was passiert, ich bleib hier unten und warte, bis sie kommen, weil da müssten ja schon zwei Runden zumindest vorbei sein. Werde so viele Supporter rufen wie nur möglich, die quasi als Tank und Schild dienen. Und hier habe ich jetzt das Problem. Oh, shit. Das ist doch klar. I'm going to get rid of the Ghost. Okay. Ich bin, ich bin hier unten, ich bin hier unten und warte. Ja. So. So. Da geht einfach eine Werbung im Hintergrund an. Okay. So. Vor allem so viel... So viel Damage kassiert. Warum kommt da Whiskas-Werbung? Total crazy, was hier abgeht manchmal. So. Jetzt hat's ihn erwischt. Da oben, den Rabbit hat's zwar erwischt, aber es bringt tatsächlich nichts. Der kriegt die meisten Damage, deswegen geht's erstmal auf ihn! Und dann kann ich noch nichts machen, deswegen gehe ich erstmal in den Verteidigungsmodus. Und jetzt habe ich natürlich mein eigenes Vieh durch die Bombe zerstört und 2200 Critical Damage verteilt, das ist schön. Aber bis die jetzt alle erstmal da sind, das müsste ja noch dauern. Und jetzt sind's noch vier Runden. Ich find's doof, dass Mario da oben irgendwo stand. Ganz ehrlich. Weil ich schaff's auch gar nicht mit einem Sprung dahin. Okay, hinter mir öffnet sich jetzt Kacke. Schade, ich dachte... Ja, genau das. Reicht es dir, um die Portale zu zerstören vielleicht? Ne. Scheinbar haben die ja nicht mal Damage gekriegt. Nein, ich kann denen kein Damage machen! Das ist jetzt krass und hässlich zugleich. Was passiert jetzt? Kann ich eigentlich da hochspringen? Ja, das war nicht. Wie geht's denn? Ja, das war nicht. Ja, das war nicht. Aber ich kann mich nicht. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Nee, ich schaff's nicht. Das war gemein. Ja, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Natürlich noch mehr Portale. Eine Runde, bis ich wieder Ghost kann. Das wird nicht reichen. What the fuck? Was ist denn das für'n Schaden, Mann? Was ist denn das für ein Schaden, Mann? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Die Biophonie muss erklingen. Die Zeit hat uns davon. Wir werden wieder spielen. Die Biophonie muss aufbauen. Die Biophonie muss aufbauen. Das ist so schön. Das ist gut. Das ist so schön. Die Biophonie muss aufbauen. Pass gut auf dich auf, Dori. Ich bin unterwegs. Lass dich frei. Sofort. Ich bin unterwegs. Ich komme. Ja. Zoom, Zoom. Ist unsere Welt nicht? Hält uns. Ja. 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 Kuck, kuck, kuck! Ha! Zum, zum! Musik ist die Stimme der Schöpfer. Niemand hat das Recht, sie zu ersticken. Ja! Die Stimme der Natur kann nicht lange zum Schweichen gebracht werden. Ha! Nyeh, nyeh, nyeh! Ha! Ho! Kuck, kuck! Musik ist die Stimme der Natur. Ah! Kuck, kuck, kuck! Kuck, kuck! Kuck, kuck! In den Melodiengärten kann keine Harmonie herrschen, bevor ihr Lied entfesselt wurde. Es nimmt alles ein Lied. Sie ist gefühllos. ZOOM ZOOM Stille, das ist so still. Das ist nicht natürlich. ZOOM ZOOM Ja PORTUS MELODIKUS wird niemals dir gehört. Ja 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja! Warte! Warte! Ihr seid verloren! Ihr seid keine Haftung für verlorene Gegenstände! Widerruf! 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 So geht er. Wer? Jetzt reicht's. Jetzt ist er. Steig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017